So, weiter geht's mit Melgear Salad V The Phantom Pain. Ich habe die Mission schon gestartet, damit wir jetzt nicht so lange warten müssen, bis es geladen ist. Es ist schwere Infanterie. Wieder mal. Stefftunnel. Gut. Das ist so einfach. Ich meine, es macht Sinn. Es ist einfach schwer zu glauben, dass es auf einem Mann so funktionieren würde. Extraction ist auf der Metabase gekommen. War jetzt aber kurz. Ich hatte gar nicht gedacht, wir kriegen mehr Informationen. Der weiße Mamba, Nyoka-Yam-Pembe. Er ist der Kommander der Kinder, die aus Buala-Yama-Sa. Wie ihr wisst, Kontrakt-Forscher von Afrika wurden in dieser Stadt gelegt. Anti-government-Forscher von Afrika zu trainieren. Aber an einem Moment, die Kinder mit der PF angefangen haben, haben sie wie fliege. Das war genau nachdem, dass wir in Afrika gekommen sind. Wir wissen nicht die Grund. Die Kinder haben sich selbst gemacht. Es muss wohl wie ein Fisch aus der Wasser. Nichts zu essen, nichts zu essen. Kein Weg nach Hause zurück. All die Kinder haben ihnen gelernt, was wie eine Gäste benutzen. Ich bin sicher, sie können Schmerzen, aber für Essen? Nicht sicher. Ich bin sicher, dass sie nicht lange dauern würden. Dann die Mamba blöde war. Er war schneller und stärker als sie. Ein besseres Soldaten. Und er wusste, wie zu führen. Ich glaube, dass jemand auf eine Star erwartete, weil sein Saviour sie sich als Stardust aus der Blühe war. Als er gekommen ist, die Kinder hatten ihren neuen Kommander. Das war dann, wenn sie angefangen haben, die andere Städte zu attackieren. Die Mamba blöde blöde. Aber es ist nicht nur seine Fähigkeiten, die Menschen sprechen. Die Mamba blöde. 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 Das ist auch nicht der Mamba. Die Mamba blöde. Ich versuche ein paar Minuten dröden. Schlecht. Und beendet. Oh. Das ist Pequod, schnell zu LZ! Eigentlich... Extraction arrived at Mother Base. Yay, Unterstützungswaffe, Attrappe. Begleiter, D-Walk. Der Ding habe ich auch nie mitgenommen bis jetzt. Einfach, weil man mit dem Ding nicht schleichen kann. Psydops-List update. Äh, Nebenoperation, genau. Okay. Minenräumung 2. Waffengegenstände, blablabla, ja klar. Deploying. Schnell, mach hin. Begleiter, Quiet. Ach ja. Tödlich, nicht tödlich. Tödlich, nicht tödlich. Tödlich, Anti-Material. Hä? Tödlich, Untertitelung im Auftrag des Hauges. Hm. Tödlich, nicht tödlich. Alle drei morgens sind gesetzlich. boatsantes gebracht? Wie ist das? Wann kann ich raus? Wir haben den Mamba und den Resten in den Stafl-Livin-Quarters. Wie geht's das? Es ist ein Verständnis, aber was können wir noch machen? Wir haben seine Weapons entfernt und verwendet ihn aus dem Namen der Gare. Wahrscheinlich sein Name ist Eli. Wir fühlen ihn aus dem ganzen Identity. Wir lassen den Stafl-Livin-Quarters. Ich setze ihn auf ihn für jetzt. Die Frage ist, wer ist er? Wo ist er? Wo ist er? Und wie hat er übernommen? Er ist noch nicht zu sprechen. Nein, er will nicht sagen, dass er sich nicht zu sagen. Aber du weißt, er sieht, dass er Englisch spricht. Eine Deck Crew hat ihn in Englisch gesagt, und er hat gesagt etwas zurück. Er ist nur noch nicht zu sagen. Er ist nur noch zu sagen, er hat er sich in Englisch verwendet. Er hat ihn in Englisch gewonnen. Er war nicht mit dem Worten zusammengelegt. Er hat ihn in Englisch gefunden. Also, Englisch ist seine Mutter-Tongue. Er könnte aus dem Süd-East oder Süd-East. Oder vielleicht sogar noch mehr aus dem Süd-East. Englisch ist gut in Länder all across dem Kontinent. Er ist in Afrika wie eine Weide. Oder vielleicht Parasite ist das besser. So, einfach nicht zu sprechen Englisch ist, wir uns zu finden, wo er kommt. Er könnte sogar aus dem Kontinenten. Genau. In any case. We'll keep an eye on him. If we learn anything else, I'll be sure to let you know. Der wird nicht aufgeweckt. Nein, ich will klettern. Alter. Warum sind die ja auf einmal wieder so schlecht hier? Dann gibt es mal wieder ein paar S-Soldaten. Oder a pluS. Plus. Und dann wieder nur Scheiße. A plus plus ist gut. A plus. Und der ist schlecht. Den müsste ich eigentlich sofort hinrichten hier. Muss ich jetzt den langen Weg hier nehmen, um den Berg rum. Jetzt könnte aber mal schon langsam die Mission beginnen, ne? Okay, jeder wird mir sagen, wo die Dinger sind. Landmine gefunden, das heißt, wir sind schon in der Nähe. Noch werde ich auch die Karte nicht aufmachen. Oder richte er die auch... ...in 100 Metern Entfernung? Scheiße, ist das hell hier. Eins von sieben. Hoppla. Nicht, dass ich irgendwie rein renne oder so. Ich will die jetzt nicht einsammeln. Ich setze die Min sowieso nicht ein, also. Okay, eine noch. In der Zeit kann ich auch noch mal eine Kassette abspielen lassen. ... ... ...infestation. Und aufgrund von dieser Liste, ist es die Kikongo-Strain. Das bedeutet, eine Art Parasite, die beeinträchtigen Symptome, auf der Detektion genutzt, spezifisch für Kikongo. Also unsere Kikongo-Sprache-Sprache sind ziemlich so. Hm. Er ist richtig. All die Victims sprechen Kikongo. So they can survive if they just use another language. There is no guarantee you're only dealing with the Kikongo-Strain. Other language-Strains may be present. You well know he was teaching them languages from all over the world. The Devil's House. Erzoya Bandiabulu. There is no way to know how many strains he has at his disposal. So how do we keep them from becoming symptomatic? You mentioned using microbes. Use this. A type of Wolbachia. Introduced to a sample of the parasite. Wolbachia. The parasitic bacteria that colonizes the parasites. Turning male to female. and preventing copulation. You must cultivate more. What have you done with the infected bodies? Cremated. To stop the spread of infection. We did keep a few for study. Good. Take this sample. Grind it to a pulp. And introduce it to the larvae now nesting in the dead. The Wolbachia will multiply rapidly. Within those larvae. They're soldiers. Not some petri dish. Conventional cultivation methods will take too long. Extract the Wolbachia from those larvae. And vaccinate your men. Kikongo speakers first. This is the... Erfolgreich. Jawoll. Can I take a new one again? But first, let's look at our base in the battle gear hunger. If there is something else. the next operation. Black attack with the unit, it's impossible for you. It's impossible to digest. Please select a landing zone. We'll take this. ...nein. ... ... ... Unruhestifte, Wurmlöcher, genau. Sollte er sich vielleicht einmal wieder waschen, ne? Ich war lange nicht mehr duschen. Die hat sich immer selbst irgendwie wieder sauber gekriegt. Okay. Okay. Sollte der Wację! Der Berge Hangar, der ist auf der anderen Seite. War der nicht... Hä? Bin ich schon dran vorbei? Ach, scheiße. Scheiße, was ist das denn hier? Scheiße. 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 Huh? Ja. Scheiße. Scheiße. Das ist B-Quad, schnell auf LZ zu kommen. So, haben wir die Klamotten mal wieder gewaschen. Das ist B-Quad, auf Station at LZ. Ach, ich warte damit bis ich in Dürren bin. Sonst wird das Menü einfach abgebrochen. Scheiße, da ist ein Rode-Jamant. Hätte ich wissen müssen. Heranzoom. Hm. Gut. Mother Base. Personalverwaltung. S+. Da habe ich glaube ich auch schon mal gedacht, dass ich mal wechseln tue. Vielleicht sollte ich das vielleicht mal machen. Mal einen neuen Charakter auswählen. Andere Frauen habe ich hier nicht, ne? Nur in anderen Einheiten nach. Sicherheitsteam hat mittlerweile auch drei A's. Viele B's und C's, aber auch noch D's, aber zum Glück keine E's mehr. Entwicklungsteam. Hm. Aber immer noch zu wenig S. Oh, hier habe ich mal drei S. Gut, eine ist Plus. Zwei S. Hm. Cool. Die Besten sind meistens Frauen, ne? Eins. Zwei. Zwei. Okay, hier mal nicht. Und drei. Die Hälfte ist also ... Also die Hälfte wird von der Frau angeführt. Ist krass. Okay, fast die Hälfte. Im Bau sind immer noch 22. Ist hier noch irgendwo jemand mit S? Sortieren geht nicht. Aber auch viele mit A Plus. Treibstoff. Her damit. Bericht. Vier B's. Ah. Scheiße. B's brauche ich auch schon so gut wie gar nicht mehr. In der Basis kann ich jetzt auch nicht weitermachen oder reicht's langsam? Es reicht, um die Unterstützungsplattform auf vier von vier zu bringen. Aber dann habe ich kein einfaches Metall mehr, ne? Wie viel brauche ich für die Kampfeinheit? Wie viel brauche ich für die Kampfeinheit? Da. Da wäre einfaches Metall weg. Treibstoff brauche ich. Ganz viel. Scheiße. Dann würde ich das hier vielleicht zuerst machen wollen. Das Geld reicht wieder. Aber... Entwicklung. Kann man da noch irgendwas machen, was ich unbedingt brauche? Das ist ein Spezifierprojekt. Hm. Wenn ich wüsste, wo ich noch gute Schalldämpfe herbekomme. Schlafgranate. Schlafgranate. Er setzt Gas mit einer großen Menge betäubender Stoffe frei und lässt Feinde in der Nähe einschlafen. Ach komm. Nehmen wir das mal. Setzt Feinde in der Nähe beim Explodieren außer Gefecht. Ne, Schlafgranate ist schon okay. Akkukapazität. Gläser kommt. Nehmen wir das. Ich weiß, Battle Gear haben wir immer noch nicht, können wir diesen einen Auftrag noch nicht annehmen. treibstoff haben wir noch was anderes wo ich treibstoff kriegen kann jawohl wieso drei von fünf ach so weil das nicht mehr ausreicht ich habe nicht mehr ausreichend c soldaten die das machen können deshalb gut dann war's das für heute und in der nächsten folge gucken wir mal was wir dann für neue nebenoperationen haben bis denn